Gleich kommt das Falter Radio. Vorher gibt es noch Werbung. Sie hilft, unsere journalistische Arbeit zu finanzieren. Neufolgen gibt es jeden Mittwoch überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen unter sz.de slash das Thema. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Vom Neuen bewegt ein Freihandelsvertrag der Europäischen Union die Gemüter. Es geht um Mercosur. Das sind vier lateinamerikanische Staaten. Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Es sollen Zölle gesenkt werden. Es soll mehr Möglichkeiten geben, argentinisches, brasilianisches Rindfleisch in Europa zu kaufen. Und die Lateinamerikaner sollen mehr europäische Autos angeboten bekommen. Das ist die Grundidee. Die Auseinandersetzung um Freihandel, was das bedeutet für die Wirtschaft, was das bedeutet für das Klima, ist voll entbrannt. Es sind ein bisschen ähnliche Fronten wie bei CETA, dem Freihandelsvertrag mit Kanada oder TTIP, dem Freihandelsvertrag mit den USA, der nicht zustande gekommen ist. In Österreich sind fast alle Parteien dagegen, haben sich dazu schon ausgesprochen, mit Ausnahme der NEOS. Wir wollen die Hintergründe in einer Runde von Wirtschaftsexperten mit unterschiedlichem Hintergrund beleuchten. Ich begrüße sehr herzlich den Welthandelsexperten der österreichischen Industriellenvereinigung, Igor Sekardi. Guten Tag. Guten Tag. Ich freue mich, dass Eva Deschofi gekommen ist von der Arbeiterkammer Wien. Hallo. Hallo. Und ich begrüße den Ökonomen und Weltwirtschaftsexperten Hanno Lorenz von der Agenda Austria. Die Agenda Austria ist ein wirtschaftsnaher Think Tank. Und ich freue mich, dass der Blogger und Ökonom Kurt Bayer gekommen ist. Willkommen. Guten Tag. Kurt Bayer war Direktor der Europäischen Entwicklungsbank in London, war in der Weltbank in Washington aktiv. Herr Bayer, könnte man nicht sagen, es gibt eine Tendenz zum Protektionismus in der Welt. Donald Trump will überall Handelskriege entfachen und Zollbarrieren hochfahren. Warum gibt es da so viel Widerstand, wenn die Idee ist, die Europäer sollten gemeinsam mit den Lateinamerikanern gegenhalten? Also, ich finde, das ist das einzig Positive an diesem Vertrag, dass es geopolitisch eine Öffnung oder eine Offenhaltung Europas gegenüber anderen Weltregionen zeigt. Ich glaube nur, dass dieser Vertrag eben problematisch ist und wahrscheinlich also nicht insgesamt gesehen, glaube ich, zur Wohlfahrt der Bevölkerung beitragt. Ganz kurz dazu vielleicht. Es geht also um einen Vertrag, der kein Freihandelsvertrag ist. Es hat 20 Jahre gedauert, 38 Sitzungen, in dem jeweils der eine Block und der andere Block versucht, eigene Produktionen zu schützen. Das dauert irrsinnig lang, weil da wird Produkt für Produkt einer mehrere tausend Positionen umfassenden Liste durchgegangen und dann die Bestimmungen, wo Zollabbau, wo Angleichungen von Regulierungen möglich sind, halt dann sehr, sehr langfristig verhandelt. Und die Kommission muss immer Rücksprache halten mit den Mitgliedstaaten, mit den Wirtschaftsministerien? Zum Teil. Natürlich auch. Und ich meine, dazu vielleicht auch die österreichische frühere Bundesregierung, die also eineinhalb Jahre im Amt war, hat sich also nie negativ zu diesem Abkommen geäußert. Jetzt im Wahlkampf sagt der Bundeskanzler, der Ex-Bundeskanzler, er ist plötzlich dagegen. Aber wo ist das Problem? Warum klingt so viele dagegen? Also das eine ist, glaube ich, man muss einmal sehen, lange Zeit hat gegolten, dass der Welthandel über die Grenzen hinweg eben der Treiber des Wirtschaftswachstums ist. Das stimmt also seit Beginn oder seit dem Ende der Wirtschaftskrise nicht mehr. Früher ist lange Jahre, sind die Welthandelströme doppelt so stark gewachsen wie das Wirtschaftswachstum global gesehen. Seither ist ungefähr das Gleiche. Also irgendwie diese Ideologie über Welthandel, können wir unser eigenes Wirtschaftswachstum fördern, ist in irgendeiner Form aus allen möglichen Gründen zum Erliegen gekommen. Das Zweite ist, und das ist, glaube ich, das Wichtigere, dass letztlich, man sieht es jetzt an der sehr stark entbrannten Umweltdebatte, das Bewusstsein der Bevölkerung, dass Transporte über 10.000 Kilometer, das ist ungefähr die Distanz zwischen Wien und Rio, per se schon einmal umweltbelastend sind, einfach durch den Transport, über Schiffe, über Flugzeuge, über welche Mittel auch immer. Und das ist auch der Unterschied zur Diskussion, die es bei TTIP gegeben hat, bei CETA gegeben hat, wo das Klima eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Herr Lorenz, wie sehr ist da jetzt eine neue Dynamik? Weil das Gefühl ist, wenn wir Freihandel schneller machen, besser machen, ohne Grenzen machen, zerstören wir das Klima. Naja, es gibt natürlich die Gruppe, die immer schon gesagt hat, dass ein Freihandel jetzt nicht unbedingt das ist, was wir in Europa suchen. Das heißt also, es gab Kritik auch im EU-Binnenmarkt, es gab die Kritik an Kanada, an dem Abkommen, an Japan. Dieses Klimaziel ist jetzt halt ein bisschen in den Fokus gerückt, weil einerseits halt der brasilianische Präsident Bolsonaro halt hier nicht unbedingt als Klimafreund aufgetreten ist. Das heißt, er hat sich quasi damit selbst ein bisschen in den Fokus geholt, dieses Klimathema auch. Und es geht natürlich stark in den Agrarsektor rein, wo die Mercosur-Staaten wettbewerbsfähig sind. Und das ist halt was, auch anders ist gegenüber dem Abkommen mit Kanada und mit Japan, dass es eben einen ganz anderen Wirtschaftssektor trifft, der eben, wo Importe kommen würden nach Europa. Und das ist jetzt so ein bisschen die neue Dynamik. Aber von der Sache her, stimmt das, dass das Klima belastet wird, wenn hier mehr aufgemacht wird mit dem Freihandel? Nein, man muss das halt dann schauen, wo man effizienter produzieren kann. Es könnte auch sein, dass die Landwirtschaft dort eben etwas umweltfreundlicher ist als in Österreich. Natürlich kostet der Transport, natürlich hat das was mit Umweltschäden auch zu tun. Man muss das halt versuchen, irgendwo in Einklang zu bringen. Und dieses Abkommen versucht das halt auch ein bisschen. Man hat auch versucht, mit diesen Bindungen an das Pariser Klimaschutzabkommen eben da Anreize zu setzen, eben auch für die Südamerikaner, sich doch diesem Klimathema etwas zu widmen. Und ich glaube, es ist eine ganz gute Strategie, versuchen da einen positiven Einfluss zu nehmen auf die Südamerikaner, anstatt das Thema einfach auszuschließen. Also zu sagen, wir sind wirtschaftlich verbunden und ein Teil dieser Verbindung soll sein, dass auch die Klimaziele eingehalten werden. Genau, man kann natürlich versuchen, da einfach positiv einzuwirken auf die Partner. Frau Deschofi, die Arbeiterkammer ist traditionell kein großer Fan des Freihandels, war zurückhaltend bis negativ bei früheren Verträgen. Ist das jetzt anders? Nein, überhaupt nicht. Das ist nicht anders. Es kommen ein paar Faktoren dazu, einiges hat sich verändert, weil wir über den Klimaschutz vorhin gesprochen haben. Das Klimaschutzabkommen ist zwar angeführt und es steht auch drinnen im Nachhaltigkeitskapitel, dass sich die Mitgliedstaaten verpflichten, dieses umzusetzen, aber wissend, dass das Pariser Klimaschutzabkommen eben keine Verpflichtungen enthält, ist es natürlich schwierig, auf den Boden zu kommen. Zusätzlich wird das Problem noch verschärft dadurch, dass das Nachhaltigkeitskapitel als eines von wenigen Themen eben nicht dem allgemeinen Streitbehaltungsverfahren des Abkommens unterliegt. Damit sind jegliche Sanktionen verunmöglicht. Was machen wir, wenn Bolsonaro wieder sagt, er möchte aussteigen aus dem Klimaschutzabkommen? Welche Konsequenzen kann es da geben, wenn ein Nachhaltigkeitskapitel, wo diese angebliche Bindung oder nicht Bindung oder quasi Bindung enthalten ist, gar nicht zum Tragen kommen kann? Aber wenn es diesen Vertrag nicht gibt, dann würde wahrscheinlich ein Präsident wie Bolsonaro sagen, okay, dann machen wir es mit den Amerikanern und mit den Chinesen und dann steigt er noch früher aus dem Klimaabkommen aus, oder? Kann sein, kann sein. Aber das sind Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Und was wir beeinflussen können als Arbeiterkammer ist, immer wieder darauf hinzuweisen, dass eben Arbeitsrechte auch dort noch immer ein Problem sind, Gewerkschaften immer noch unter erschwerten Bedingungen arbeiten müssen. In der Region gibt es auch noch Gewerkschaftsmorde, die wir sonst eigentlich nur aus Kolumbien kennen. Und wieder zurückkommen auf das Nachhaltigkeitskapitel. Das Problem ist, dass ein wesentlicher Bestandteil aus unserer Sicht eben nicht verbindlich, nicht sanktionierbar ist. Es gibt quasi keine Druckmittel, diese Bestimmungen, diese Inhalte in diesem Kapitel durchzusetzen. Herr Sekadi, es ist ja schon generell die Meinung, Befreihandel, das ist ein Prozess, das hilft den Großen, das hilft den Multis, das hilft den Großkonzernen und schadet oder ist ein Problem für die Kleinen, für die Konsumenten. Jetzt kommt noch die Klimafrage dazu. Haben Sie sich ein bisschen das Gefühl, als Befürworter des Freihandels, die industriellen Vereinigungen Gistus, auf verlorenen Posten zu stehen? Also wir von der Industrie sind prinzipiell Befürworter eines fairen und freien Handels. Exporte schaffen aus unserer Sicht Arbeitsplätze, Importe senken Preise und erhöhen die Kaufkraft in einer Volkswirtschaft, erhöhen auch die Auswahl für den Konsumenten. Das sind aus unserer Sicht positive Dinge. Das ist insbesondere für Österreich relevant. Die meisten wissen, Österreich ist eine exportorientierte Wirtschaft, knapp 1,7 Millionen Arbeitsplätze, das ist mehr als die Hälfte, hängt in Österreich am Export oder wird jenseits unserer Landesgrenzen erwirtschaftet. Insofern ist der bestmögliche Zugang zu den internationalen Märkten aus unserer Sicht ein entscheidender Wettbewerbsvorteil in Österreich und entscheidet darüber, ob Produktion und Arbeitsplätze in Österreich stattfinden. Vor diesem Hintergrund sehen wir auch das Mercosur-Abkommen. Wir haben jetzt bereits 30.000 Arbeitsplätze in Österreich, die durch europäische Exporte in den Mercosur-Raum gesichert werden. Dort gelten sehr hohe Zölle. Zusätzlich ist zum Beispiel der öffentliche Beschaffungsmarkt für europäische Teilnehmer de facto gesperrt. Also hier sehen wir die Möglichkeit, die Chance auf Exportsteigerungen und damit positive Beschäftigungseffekte. Und ich darf vielleicht noch einen Punkt anbringen zum Thema Klima, weil das auch für uns von der Industrie ein sehr relevanter Faktor ist. Zum einen aus unserer Sicht ist die Verankerung des Pariser Klimaübereinkommens, zu dem sich die Industrie vollumfänglich bekennt, ein sehr zentraler Aspekt dieses Assoziierungsabkommens. Insbesondere deswegen, weil nach dem Rückzug der USA doch regelmäßig Teilnehmer ihre Zusagen relativieren. Und insofern die völkerrechtliche Verpflichtung, zu diesen Abkommen zu stehen, ist aus unserer Sicht positiv. Und der zweite Punkt zum Klima, der oft vergessen wird, den ich aber gerne auch hier anbringen möchte, ist, wir haben einerseits das Phänomen, dass die österreichische und die europäische Industrie im weltweiten Kontext am klimafreundlichsten produziert. Ich glaube, das ist relativ bekannt. Gleichzeitig gibt es weltweit das Phänomen, dass sich immer mehr Wirtschaftsregionen zusammenschließen. Vor zwei Wochen hat sich eine afrikanische Freihandelszone gebildet, quer über den Kontinent. Wir haben das transpazifische Freihandelsabkommen von Kanada über Vietnam, Japan bis nach Australien und, und, und. Das heißt, wir sollten nicht den Fehler machen, zu glauben, wenn wir jetzt mit den Südamerikanern unseren Handel nicht intensivieren, dass sie ihn dann nicht mit jemand anderem intensivieren. China ist schon auf Platz 1 unter den Handelspartnern von Mercosur. Bedeutet, das ist nicht nur eine Wettbewerbsfrage für die österreichische Industrie, weil dann spricht eine Produktion und Warnströme woanders sich hinverlagern, sondern es ist auch eine Frage für den weltweiten Umwelt und Klimaschutz. Denn dann wird eben dort mehr produziert, wo die Standards nicht so hoch sind, Stichwort Asien. Und damit ist aus unserer Sicht dann niemandem geholfen. Die Kommissarin Malmström, die das verhandelt hat für alle 28, sagt, das ist eine Chance, europäische Standards zu exportieren nach Brasilien, nach Argentinien. Denn die soll man nicht aufgeben, weil sonst exportieren andere ihre Standards. Und das wird weder dem Klima nützen, noch den sozialen Rechten der Menschen dort. Ist das nicht ein starkes Argument, Kurt Bayer? Das ist ein gutes Argument, nur lassen wir die Kirche im Dorf. Die EU exportiert Waren um 45 Milliarden Euro in den Mercosur-Raum. Das sind 0,3 Prozent des EU-PIP. Also es geht um sehr, sehr kleine Dinge, natürlich im Einzelfall deutlich wichtig. Aber ich frage mich politisch jetzt, wenn der Herr Bolsonaro die Amation aus Regenwäldern innerhalb oder auch aufgrund der eigenen Widerstände im Land geöffnet hat für Säueranbau, für große Wiener. Gut, aber das ist auch von Lula schon verhandelt worden. 20 Jahre lang gibt es den Herrn Bolsonaro noch nicht. Aber es ist, glaube ich, deutlich verstärkt. Und Bolsonaro ist natürlich, sagt dem auch, er wird möglicherweise aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen. Also die Frage, wie groß der europäische Hebel sein wird, europäische Umweltstandards in Brasilien zum Beispiel umzusetzen. Also ich glaube, die Absicht ist sehr schön. Aber man muss eben schauen, wie wir vorher gehört haben, dass die Durchsetzungsfähigkeiten von Seiten der EU sehr, sehr beschränkt sind, weil die einfach im allgemeinen Abkommen nicht drinnen sind. Also es geht um ganz kleine Größenordnungen. Und das ist, glaube ich, schon wichtig zu sehen. Was, glaube ich, ganz für Europa wichtiger ist, Europa exportiert ca. 25 Milliarden an Dienstleistungen in den Raum. Und da kommt nichts zurück. Also der Dienstleistungsbereich, der auch nicht umweltbelastend ist, im Transport zumindest, der ist wahrscheinlich ein großer Markt. Und das würde ich auch positiv sehen, wenn sich da möglicherweise, was weiß ich, Finanzdienstleistungen, Rechtsdienstleistungen, andere mögliche Dienstleistungen aus Europa in diesen Raum geben. Aber, wie gesagt, die Marktchancen sind nicht wahnsinnig groß und es handelt sich schon um sehr, sehr kleine. Aber für die Lateinamerikaner ist Europa ein wichtiger Partner. Also ich glaube, in Mercosur ist das an vierter Stelle nach den USA und anderen. Die exportieren 45 Milliarden nach Europa und die haben also ein Bruttoinlandsprodukt von 2,3 Milliarden. Aber man könnte sagen, besser ein kleiner Hebel ist gar kein Hebel. Warum ist diese starke Reaktion dagegen, noch bevor das wirklich studiert ist? Ich glaube, wir haben gesagt, 2.500 Seiten hat das Abkommen. So ungefähr liegt auf Ihrem Schreibtisch. Aber vielleicht sind Sie noch nicht ganz bei Seite 2.500 angekommen, viele andere auch nicht. Die großen Linien sind ja bekannt. Wie erklären Sie diesen Reflex dagegen, eigentlich von allen, auch auf politischer Ebene? Der ehemalige Bundeskanzler sagt, er kommt dann Gammelfleisch her. Also das argentinische Steak ist nicht bekannt dafür, dass es besonders gammelig ist. Na, es ist natürlich im politischen Spiel jetzt auch ein bisschen in Österreich. Das heißt, es ist Wahlkampf. Natürlich versucht man da jetzt keine Äußerungen zu tätigen, die eventuell Wählerschaft abschrecken könnten. Wie gesagt, es gab immer auch Kritik an Freihandel, völlig unabhängig mit welchen Partnern und zu welchen Konditionen. Ich höre jetzt auch von der Gegenseite sehr oft, dass es nicht geht, weil spezifische Faktoren fehlen, wie bei der Umweltschutz nicht ausgebaut genug ist. Ich habe aber jetzt noch keinen konstruktiven Vorschlag gehört, wie man denn das einbauen könnte, dass man dieses Abkommen dann zusammen abschließen könnte und dann aber alle positiven Effekte mitnehmen könnte. Das heißt also, hier wird sehr oft einfach nur abgelehnt bei diesem Abkommen. Und es geht also eher darum, gar nicht zu handeln und anstatt einen sinnvollen Handel zu finden. Und das ist auch so ein bisschen typisch, glaube ich, für den Österreicher, weil der Österreicher exportiert halt sehr gerne seine Waren. Er freut sich, wenn man die Industrieprodukte, die Maschinen ins Ausland verkaufen kann. Aber er konsumiert halt eher dann doch lieber regional. Das heißt also, am liebsten vielleicht sogar das Argentin. Aber natürlich gibt es, man kann auch nicht alles hier produzieren und nicht alles zu der gleichen Qualität produzieren. Und wir laufen auch nicht rum mit österreichischen Handys in der Tasche und wir fahren keine österreichischen Autos, weil es eben bestimmte andere Länder gibt, die das effizienter und besser produzieren können als die Österreicher. Und da muss man sich auch eingestehen, der Handel ist nicht nur positiv, weil man was exportiert, sondern der Handel ist auch positiv, weil man was importiert. Und in diesem Fall ist es dann halt der Landwirtschaftssektor. Und da ist halt einfach die Ablehnung relativ groß gewesen. Und ja, die EU ist halt auch immer relativ protektionistisch. Wenn sozusagen die Agrarier sagen, sie wollen das nicht, das ist logisch, dass deren Interesse ist möglichst wenig Konkurrenz und wollen nicht die Konkurrenz verstärken. Obwohl die Frau Malmström sagt, das sind ganz, ganz kleine Bereiche. Das sind, glaube ich, weniger als ein Prozent des Rindfleischkonsums wäre dann offen für Brasilien und Argentinien. Und sozusagen, dass jeder Teil in Argentinien oder Brasilien wahrweist, dass die Steaks dort den Europäischen ganz gut das Wasser reichen können. Und Lebensmittelskandale hat es in Europa auch gegeben. Frau Deschafi, wäre es nicht eigentlich ehrlicher zu sagen, wir brauchen internationale Zusammenarbeit. Und das sind wirtschaftliche, solche Freihandelsverträge, die über Jahre gehen, sind eine Art von wirtschaftlicher Verbindung. Und das wäre besser, man hätte mehr wirtschaftliche Verbindung, auch wenn es nicht so leicht ist, dort Umweltziele dann durchzusetzen, wie das in Österreich ist oder wie in Europa, wo wir wissen, das ist auch nicht so leicht, als zu sagen, der Reflex ist, eigentlich wollen wir mit denen möglichst wenig zu tun haben. Also, es geht hier nicht um Reflexe, jedenfalls nicht bei der Arbeiterkammer. Wir schauen uns schon sehr genau an, was wir kritisieren. Und zwar, dass seit Jahren, also wir haben seit Jahren Expertise, und da möchte ich auf den Punkt vorhin auch noch zurückkommen, wieso wird Mercosur so stark abgelehnt? Weil Mercosur im Grunde genommen genau nach der gleichen Masche abläuft, wie TTIP, CETA, Jephthah und so weiter. Das heißt, wir kennen die Strukturen schon, die Kommission lernt dazu, das finden wir sehr gut. In Teilen, wir haben ja auch etliche Eingaben gemacht, die teilweise berücksichtigt werden. Also, es ist durchaus nicht so, dass wir alles verteufeln. Trotzdem ist es so, es gibt diesen harten Kern, dann nicht Durchsetzbarkeit eben bestimmter Interessen. Wie der Verbraucherinnen, und da sind wir wieder jetzt bei der Ablehnung, wieso wird in Österreich abgelehnt? Wir lehnen nicht aus dem Bauch heraus ab und nicht deshalb, weil wir so gerne exportieren. Die Importseite wird ja auch sehr gerne von der Industrie vernachlässigt, immer wieder, es kommt ja auch was rein. Sie reden nur über Exportzahlen die ganze Zeit. Sondern wir haben uns zum Beispiel eben auch angeschaut, und das ist stimmt, über die Landwirtschaft gekommen, dass natürlich Produktionsverfahren, Produktionsstandard, insbesondere, weil Sie vom Fleisch gesprochen haben, in der Fleischindustrie besonders prekär und besonders schlimm sind. Arbeitsverhältnisse in der Fleischindustrie. Der Mercosur, insbesondere Brasilien, ist der weltweit größte Exporteur von Fleisch, von Rindfleisch. Und die Wachstumsraten waren in den letzten zwölf Jahren enorm. Ich habe irgendwas von 700 Prozent gelesen. Das muss unglaublich arg gewesen sein. Im Schlepptau haben sich dann natürlich auch die Schlachtbetriebe großteils illegal implantiert. Und in diesen Schlachtbetrieben herrschen die wüstesten Zustände, was die Arbeitsbedingungen betreffen. Jetzt sagt die Kommission, das, was in Europa angeboten wird, wird nach europäischen Standards angeboten werden. Es ändert nichts an den europäischen Standards, was da mit den Lateinamerikanern ausgemacht wird. Ist das glaubwürdig aus Ihrer Sicht? Das stimmt, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Das große Problem ist nämlich die Kontrolle. Die Kontrolle findet, so habe ich vom Landwirtschaftsministerium erst letzte Woche wieder gehört, in einer interministeriellen Sitzung, die Kontrolle findet punktuell statt. Und das Landwirtschaftsministerium fordert hier auch eine wesentlich engmaschigere Kontrolle. In Verträgen steht vieles. Aber letztlich, und dann sind wir beim eigentlichen Punkt, fehlt es an zuverlässiger Kontrolle. Ausmachen kann man sich vieles, aber die Kontrolle muss ganz engmaschig sein. Wir sprechen hier vom Glyphosateinsatz im größten Ausmaßen in Argentinien, quasi flächendeckend. In Brasilien werden täglich neue Pestizide zugelassen, teilweise Pestizide, die bei uns schon verboten sind. Denken Sie an Österreich, wir haben jetzt das Glyphosatverbot, das flächendeckende. Wo man nicht weiß, ob das in Europa gilt, weil die europäische Lebensmittelbehörde... Das ist eine andere Geschichte, aber wir in Österreich haben im Parlament kürzlich beschlossen, wir wollen keinen Einsatz von Glyphosat. Und Nahrungsmittel, Lebensmittel sind einfach was sehr Elementares. Das können wir unter keinen Umständen akzeptieren. Es gibt so eine Latte von Pestiziden, die permanent zugelassen werden in Brasilien. Und wer kontrolliert? Ist die Frage der Kontrolle grundsätzlich im Freihandel wirklich ein Problem? Weil, dass man nicht weiß, wie in landwirtschaftlichen Betrieben hergestellt wird, da werden ja auch in Österreich nur Stichproben gemacht. Oder da werden auch in europäischer Ebene, das läuft über Stichproben nicht viel anders. Ist das überhaupt ein Problem, das Vertrauen, dass das, was man sich ausmacht, wie das Frau Teschoff gesagt hat, nicht umgesetzt wird, weil man die Instrumente nicht hat, um zu schauen, wie das in Argentinien oder Brasilien wirklich zugeht? Also zunächst würde ich gerne auf einen Punkt eingehen, den die geschätzte Kollegin von der Arbeiterkammer gebracht hat, nämlich, dass wir nur gerne über Exporte sprechen. Das stimmt schlichtweg nicht. Ich habe auch zu Beginn der Sendung gesagt, dass Importe wichtig sind, weil sie Preise senken und die Auswahl für den Konsumenten erhöhen. Ich kann Ihnen zusätzlich aus industrieller Sicht dazu sagen, 80 Prozent dessen, was wir in der Europäische Union importieren, wird weiterverarbeitet und wieder exportiert. Wir sind als Österreich Exportweltmeister. Wir sind als Österreich Exportweltmeister. Wir haben eine höhere Exportquote als Deutschland. Was die meisten nicht wissen, ein Drittel dessen, was wir exportieren, ist zu importierte Wertschöpfung, das heißt Produkte, die weiterverarbeitet werden. Worauf ich damit hinaus will, ist, Sie haben absolut recht, ich rede auch sehr gerne über Importe. Importe sind aus industrieller Sicht ebenso wichtig wie Exporte. Wenn wir wettbewerbsfähig in Österreich und Europa produzieren können wollen und damit auch Arbeitsplätze sichern können wollen, sind wir auf Importe und auf Exporte angewiesen. Handel ist keine Arbeitsstraße und soll es auch nicht sein. Zum Thema Standards. Aus den Dokumenten der Europäischen Kommission geht hervor, dass die europäischen Lebensmittelstandards durch das EU-Mercosur-Abkommen nicht berührt werden. Wir importieren jetzt schon eine relativ große Menge an landwirtschaftlichen Gütern aus dem Mercosur-Raum. Das heißt, dieses Problem der Kontrolle hätten wir, wenn dann, jetzt schon. Aus unserer Sicht kann man gerne auch engmaschiger kontrollieren. Auch nach dem Inkraftsetzen des Abkommens bleiben ja auch die Kontrollen erhalten. Und ich möchte einen letzten Punkt noch sagen, weil Sie das Thema CETA auch erwähnt haben. Das ist das Kanada-Abkommen? Genau, Verzeihung, das EU-Kanada-Abkommen. Da haben wir eigentlich zu diesen Themen sehr ähnliche Diskussionen geführt vor drei Jahren. Auch zu den Pestiziden, die dort eingesetzt werden. Da hieß es, die österreichischen und europäischen Standards werden unterlaufen. Also eine sehr ähnliche Diskussion zu dieser hier. Das Abkommen ist jetzt seit zwei Jahren in Kraft. Wie wir wissen, sind all diese Dinge nicht eingetreten. Weder ist hormonell behandeltes Fleisch nach Österreich gekommen, wie behauptet. Weder sind Pestizide nach Österreich gekommen, auch wie behauptet. Aber die österreichischen Exporte sind um 7,5 Prozent gestiegen. Das ist unserer Sicht gut. Und für uns ist das eben ein gutes Beispiel, dass es auch in dieser Handelsdiskussion darum geht, eine möglichst sachliche Diskussion zu führen. Und auch die Möglichkeiten und die Chancen solcher Abkommen für ein exportorientiertes Land wie Österreich in den Vordergrund zu stellen und nicht immer mit Horrorszenarien zu operieren, die da nicht eintreten. Wer macht Horrorszenarien? Macht doch niemand. Naja, also Gammelfleisch würde ich schon ehrlich gesagt als Horrorszenario bezeichnen. Also das war, dass das, also erstens haben wir es nicht gesagt, aber dass das in den Medien ganz groß rausgekommen ist, war ein Korruptionsfall im Übrigen, ja, also, aber das ist eine andere Geschichte. Und das gibt es überall, nicht Korruptionsfall? Ja, ja, eh. Das hat doch, eh, aber ich habe... Ich meine, in Europa hat es die Fälle gegeben, dass Rindfleisch in Wirklichkeit Pferdefleisch war. Ja, das gibt es durchaus, das gibt es durchaus. Zu CETA wollte ich nur sagen und zu den Standards. Das CETA-Abkommen hat ein Kapitel, das nennt sich Regulierungskooperation. Und in dieser Regulierungskooperation kann man in Zukunft auch darüber sprechen, wie man Standards kontrolliert, wie man die Konformitätsbewertungen in Zukunft so enger schnallt, dass es nicht zu aufwendig und nicht zu handlungsbehindernd wird und derlei Dinge. Dass wir bei CETA zum Beispiel nicht wissen, welche Qualität, welche Güter, welche Pestizide, in welchen zum Beispiel Lebensmitteln drin sind, liegt unter anderem auch daran, dass man wahrscheinlich relativ wenig kontrolliert. Was wir in Österreich immer zu hören bekommen ist, also quasi CETA ist ein totales Exportwunder und bringt Arbeitsplätze. Das mit den Arbeitsplätzen haben wir uns ja auch anhand des Sustainability Impact Assessments, das die Kommission beauftragt hat, angesehen. Für Österreich in 10 bis 20 Jahren damals 480 Arbeitsplätze. Ich meine, das ist ein Witz. Das ist Augenauswischerei der höchsten Klasse. Aber sind das nicht Argumente? Und Entschuldigung, das möchte ich noch mal. Wie können Sie behaupten, dass CETA so viele Arbeitsplätze überhaupt bringt? Weshalb behaupten Sie das? Wie können Sie das nachweisen? Welche Belege haben Sie dafür? Weil damit laufen Sie ja Land auf Land ab herum, zu sagen, wie wahnsinnig viele Arbeitsplätze das bringt. Das würden wir uns gerne anschauen. Das hätten wir gerne empirisch belegt. Und dann würden wir uns gerne in eine Diskussion stellen. Kann man das schon sagen? Also nach zwei Jahren? Ich kann gerne darauf antworten. Also zunächst einmal, wenn Sie sagen, ich glaube 400 Arbeitsplätze waren es in 8 bis 10 Jahren, wenn ich es richtig verstanden habe. Nein, in 10 bis 20 Jahren. Also aus unserer Sicht zu sagen, das ist ein Witz, das halten wir für falsch. Wir halten jeden zusätzlichen Arbeitsplatz, der durch Exporte geschaffen wird, für etwas Gutes. Das ist nicht nachweisbar in 10 bis 20 Jahren. Sie haben ja die Zahl aufgebracht. Sie haben ja die Zahl aufgebracht. Ja, weil es lächerlich ist. Aber an sich, wenn Sie schon mit der Zahl kommen, jeden Arbeitsplatz, der zusätzlich kreiert wird, für gut, vor allem auch die Familien gerichtet. Das ist nicht wahnsinnig viel. Nein, aber es ist besser als nichts. Und besonders in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. Und was die bestehenden Effekte von CETA angeht, es gibt, das ist richtig, bis jetzt keine Studie zu den Arbeitsplatzeffekten. Das Abkommen ist aber auch erst seit eineinhalb Jahren in Kraft. Was aber, wozu es schon Zahlen gibt, ist, und darauf habe ich schon hingewiesen, dass im vergangenen Jahr die Exporte um 7,5 Prozent gestiegen sind. Und dass das für eine Volkswirtschaft, die mehr als die Hälfte ihres BIPs, ihrer Arbeitsplätze und auch der Sicherung ihrer Sozialsysteme jenseits ihrer Grenzen erwirtschaftet, positiv ist, das hoffe ich, müssen wir hier nicht diskutieren. Wobei Kanada natürlich insofern speziell ist es, Kanada ist das europäischste Land der westlichen Hemisphäre. Also das ist wahrscheinlich eine andere Dimension. Aber es hat genau eine ähnliche Diskussion gegeben. Das stimmt schon. Obwohl Kanada eigentlich auf allen Ebenen ähnlich ist wie Europa, waren die Vorbehalte nicht sehr viel anders. Und es hat einen Vorwurf gegeben, den wir noch nicht diskutiert haben, das ist Hinterzimmerverhandlungen. Wie sehr ist das einfach Realität? Dass natürlich solche langen Verhandlungen nicht vor laufenden Fernsehkameras laufen wie jetzt unsere Diskussion, sondern dass da diskret verhandelt wird. Ist das anders bei diesen Freihandelsverhandlungen, sei es jetzt Mercosur oder CETA, als bei irgendwelchen anderen Wirtschaftsverhandlungen? Muss das so sein, dass man da natürlich mit Informationen vorsichtig ist? Werden wirklich die Regierungen, auch die österreichische Regierung, zu wenig informiert? Wie ist das aus der Sicht des Experten? Also grundsätzlich ist es so natürlich, dass Handelsangelegenheiten in der EU von der Kommission durchgeführt werden. Also die Kommission bekommt ein Mandat von den Mitgliedstaaten und berichtet natürlich regelmäßig. Also innerhalb der EU selbst ist die Information liegt offen. Die kann sich jede Regierung, wenn sie will, mit den zuständigen Verhandlern holen und kann das natürlich in gewisser Weise auch natürlich an die eigene Klientel, an die eigene Wählerschaft zurückspiegeln, wenn sie das will. Aber natürlich ist es so wie in jeder Verhandlungssituation. Man kann nicht, das waren 38 über 18 Jahre laufende Verhandlungen. Man kann nicht jeden einzelnen kleinen Schritt ganz grob unter 500 Millionen europäischen Bürgerinnen und Bürgern und zwar 150 Mercosur-Bürgern in der Öffentlichkeit verhandeln. Da gibt es sicher die Notwendigkeit natürlich einzelne Dinge mit Experten in sogenannten Hinterzimmern. Das sind also zwar sehr oft sehr gut besandte Zimmer und keine Hinterzimmer. Sie waren da auch dabei manchmal, nicht? Immer wieder. Ja, aber nicht bei den Handelsverhandlungen. Ich war bei vielen anderen Dingen dabei. Aber ohne Hinterzimmer gibt es wahrscheinlich keine Verhandlungen in keinem Bereich. Weder in der Politik, noch in der Wirtschaft. Man braucht natürlich gewisse Vertraulichkeiten in bestimmten Phasen. Das ist ganz klar und die werden ja natürlich abgesprochen. Aber haben die Europäer gelernt, mit der Öffentlichkeit besser umzugehen? Weil das ist ja auch jetzt so, diese Mercosur, für die meisten Menschen, die haben noch nie davon gehört und plötzlich, zack, 2500 Seiten, wer so das wissen. Ist da etwas in der Kommunikation schlecht gelaufen zwischen der Kommission, den Regierungen und den Bürgern? Nein, in diesem speziellen Fall muss man natürlich berücksichtigen, die Verhandlungen haben halt begonnen, bevor es die ganzen Diskussionen um CETA gab, auch medial. Das heißt also, der Ursprung dieses Abkommens, die Instituierung liegt halt so lange zurück, dass es damals eben diese Verbesserung noch gar nicht gegeben konnte. Lula vor dem linken Präsidenten. Das war 1990, hat es begonnen. Genau, aber lang über die Zeit des Lula hinaus. Was natürlich schon zu beobachten ist, also die Kommunikation der Kommission ist, glaube ich, schon offensiver geworden, dass man versucht, so Ergebnisse der Verhandlungsrunden an die Öffentlichkeit zu spielen. Es ist dann immer auch die Frage, wie interessant das für die Bevölkerung ist, weil dieses Abkommen, was jetzt eben schon seit 20 Jahren verhandelt wird, inwiefern ist jetzt die 35., 36. Runde jetzt interessant für den einzelnen Bürger, ist die Frage. Und es ist natürlich, Informationen sind auch immer eine Hohlschuld. Das heißt also, es gibt viele Dokumente, die sind abrufbar. Wenn man sie dann nicht anschaut, dann ist es auch eine Hohlschuld, die unter dem Musterbürger dann auch, der informiert ist und der sich beschwert, muss sie dann auch einfach anschauen. Manche Dinge müssen einfach diskret bleiben, sonst kann man nicht verhandeln. Ja, Verhandlungen müssen sowieso, es werden unterschiedliche Interessen abgetauscht. Also man kann auch nicht jeden einzelnen Verhandlungspunkt offenlegen, bevor das Abkommen da ist. Sonst weiß die Gegenseite halt ganz genau, was einem viel wert ist und versucht, das auszuspielen. Eine ewige Diskussion bei jedem Freihandelsvertrag, die es gibt und da gibt es ja die Spezialisten in Brüssel. Nicht viel mehr in Brüssel als in den Mitgliedstaaten. Ich glaube, die Briten sind da gerade drauf gekommen, dass sie überhaupt keine Experten mehr haben. Für Freihandelsverträge wird das alles in Brüssel passiert. Macht aber wahrscheinlich auch Sinn, wenn man hier Know-how zentralisiert und wenn man international wirklich auch mit Power verhandeln will. Das war der Falter-Podcast zum heißen Eisenfreihandel und dem Handelsvertrag, den die Europäische Union mit den vier lateinamerikanischen Mercosur-Staaten aushandelt, ausgehandelt hat und der in den Parlamenten zur Entscheidung vorliegen wird, im Europaparlament und in den nationalen Parlamenten. Ich bedanke mich sehr herzlich der Diskutantin und den Diskutanten hier am Tisch. Im Falter finden Sie jede Woche Hintergrundartikel zu Politik, zu Kultur, aber auch zu Wirtschaft. Ein Abonnement des Falter ist die beste Garantie, keinen Artikel zu verpassen. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetseite abo.falter.at. Auch den Falter-Podcast können Sie abonnieren. Das ist sogar gratis. Alle Falter-Podcasts kann man im Internet hören, am Smartphone oder auf jedem anderen Gerät, mit dem Sie ins Internet gehen. Der Zugang ist www.falter.at-radio. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falter-Radio, den Podcast mit Raimund Löw. und den Podcast mit Raimund Löw. Bis zum nächsten Mal. Und den Podcast mit Raimund Löw. Vielen Dank.